So, herzlich Willkommen zum 16. Let's Play von Kingdome H2. So, und wir machen jetzt so weiter. Die letzte Aufgabe. Eure Aufgabe ist es, den Weg über den Gipfel zu sichern, damit unsere Kompanie unbeschadet passieren kann. Ich habe veranlasst, dass man euch zum Gipfel durchlässt. Enttäuscht mich nicht. So. Jetzt werden wir in das Gebiet, wo wir vorhin waren. Ja, was ist mit dem Typen da? Die machen wohl Urlaub. Ja, die machen Urlaub. Das weißt du doch. Ja. Keine Sequenz. Ui. Die Steine sind ein bisschen im Weg. Ja, und darum wird ziemlich kalt. Haha. Hatschi! Schnief! Schanyus, blöder Vogel. Ja. Schnell zum Böder herkippe. Sieht zu, dass die Moralen liegt da. Zack, 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 und zack. Nein, bei so vielen Moralkugeln, da ist es auch kein Wunder, dass das hier vorne runterhebt. Boah, am ist... ... zunächst. Zunächst stoße. Töne Stoße. Das andere dann haben wir felsenzer splittert. Ja. Ah, der Splitter. Der erste von denen. Ja. hier geht die moral ziemlich langsam runter gegenseitig zu machen ist auch ziemlich lang lagen sind das ziemlich schnell runter ach kling also modern hat ein level Da ist er wieder ein Stück mit dir Zeitlu Da kann ich nur vom Bohr eintrifft Ja an ja und ein und ein 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 Erholungsschon Keine Ahnung, was das ist Achso Ah, da ist die wieder Oh Eine Moral Da ist noch einer Oh, Donald, beherrsch dich mal Er soll jetzt für den Mundstuhl von Bonar, kann das sein Ja, wenn man So, mit Stoß Hälsen zerschmettern, steht da nur Hmm Alle Achtung, Dürmer, hafst dich Ein Vorbild von einem Mann Ja, guck mal, die Schande, siehst du viel zu weiblich aus Herr hier? Ja Eine Bohnenstange Und du, Lille Portane, willst du ein Anführer sein? Na ja Na ja, aufholen Finger hat sich wacker geschlagen Das kannst du laut sagen Hm, gut Ich lasse ihn meine Einheit weit Aber noch bin ich nicht davon überzeugt, dass er das Zeug zu einem echten Soldaten hat Warum nicht? Nun gut, Sora Ich finde schon noch Auch ein Weg mich an Im Hauptmann zu beweisen Ich brauche nur die Gelegenheit dazu Nein, dann lobe ich mir, Ping Aber nicht Pong Hm, jawohl Gibt's überhaupt einen Pong hier? Nee Da muss man mal einen Eindruck ran wieren Heuerwand Ja Wenn man weiter so ping Danke Da oben müssen wir hin Schnief Schnief Das so für den Oma zerlegt Dieses Lager Also gut, Mädchen Wie hast du deine Gelegenheit? Ich hab da gerade diesen Üben klar gesehen Das war ganz sicher Chan Yu Äh, nein Nicht Chan Yu Wetten Das ist der Anführer der Hundenarmee Dazu müssen wir dem Hauptmann berichten Genau Moment, Moment, Moment Lass uns alle mal unsere Köpfe benutzen Also warum sind wir hier? Doch wir Wir haben dem Hauptmann Mulans Äh, ich meine, Pings Talente aufzuzeigen Und ihre Vor mir Ruhm und Ehre einzubringen Seiner Hätte er da sagen müssen Ja Also, lass uns Chan Yu Auf eigene Faust suchen gehen Und wer weiß Mit etwas Glück Können wir ihn vielleicht sogar Endgültig abzulegen Äh, nö Obwohl wir uns auch schon Unsere Lorbeeren verdienen Wenn wir ihn nur aufspüren Davon wird auch Man muss getroffen Einfach Notizen nehmen Mütze Gut, lass uns gehen Äh, wir helfen gerne mit Dann kann es ja jetzt sonst gehen Chan Yu Ist in einer Höhle außerhalb des Dorfes Ich glaube, es war so Dass wir hier ihn nicht finden werden Karte der Umgebung Karte Berge Und hier Und da ist wieder ein Kumpo Ja Kumpo Kumpo Ja Ja Erster meinte, ja Das Puzzleteil Erwachen Man hat immer ein komplettes Pro-Welpen Komplettes Ding vollziehen Aber es wird automatisch geprosiert Leider, man kann es nicht selber Herz Zumindest die zu Konten zu sein Mit diesen beiden Ja Der Puzzle war hier recht Aber ein Speicherpunkt Aber du wolltest ja direkt in den LPs nichts speichern Ja, falls du einen Fehler machen Ja, falls du einen Fehler machen Finzer später Äh, einen Fehlermann können wir das und nicht alles wiederholen Ja, Nachbarn Ja Sackgasse Ja Sackgasse Nicht wirklich Ja, da hätten wir das mal nicht hin Niemand hier Es gibt es nicht, schau nochmal Oh, mal sehen Herzlos sind, ja Warte auf mich doch nicht Äh Hey, wartet Nu? Uiuiuiui Was ist das? Hm? Sarah, Ping Barrikade Ja Der war das nicht Kann you Ha, ha, ha Ha, ha opin Der DieseRep微schen, äh, Blader Die, den Tag knert Och, na Uuuh ErnsthaAFT Wir Das Siege alle herzlos Per Glückwahl feuch du wirst Na komm her Fartigem Morgen Zerern L cord Bestigeerte Ja Es gibt ja auch gar nicht so viele davon. Wir müssen ja den Spagnacum verlieren müssen. Die anderen sind ja voll Müll ankehren von der letzten Zeit. Ah, ich habe aber auch die Fähigkeiten drin. Autodings. Du bist es hier. Hä? Du hast es hier. Autodings, ja. Sie können das leider schon Ja, nur dass man Feuer und Klammer einsetzen kann Ey, das gibt's hier nicht Den Faziel sind auch nicht Ihr wollt die Gerüche? Klakakakakakakakakakakakak Und da, noch ein Führer sich bei ja Vielen Dank für sauer und kp für pink gut ging ja ins pink, du warst großamtig weg ist die barrikade die da nicht so gut abgeschirmt hat das ist in ordnung? ja, dank pink dank pink, nicht pink na los, schnell dem hauptmann bericht schon abstanden Schanyu war nicht da doch er war da bitte euch, wen interessiert der Olli 100? er erzählt dem hauptmann wie tausend verherrschlose die Hölle gestürmt haben, die Ping dann beinahe alle alleine fertig gemacht hat äh knusho versuchst du an hier erst es sieht so aus, als wäre das hier als ein Symbol für den Frieden errichtet worden Frieden solange dieser Hunde da ist, gibt es hier Kinder und dann halt mal den Moschumann bis zurück aber die Kamin lecker cool ups, das war mein Dorf ups ups äh uff das ist so schlecht das ist so schlecht es ist bloß ein Katzer nicht wirklich ja, aber fast kaum auf Kapitän abmann der Feind wohin ist der sie sind drauf zum Gipfel wir halten sie auf es ist ja unsere Schuld du meinst du meine meine du meinst du meine oh nein die Erzlohn haben das getan, nicht wir Kapitän, wenn du die Bösewichte wir halten sie auf wenn du die Bösewichte noch gekriegt hätten wir wenn wir gleich später wenn man die Welt durch hat ist wieder das normal dann steht das Haus hier wieder dann steht das Haus hier wieder ja dann steht das Haus hier wieder na das hier oben machen wir dann noch warte Propeller ja wie die Viecher hier hießen ja Erwachenteile erhalten zufällig ja ein Twister und wenn man das Geschicht anstellen kann kann man sogar dieses Basikal da ja das Problem ist ja ja was ist Erwachenteile nicht ganz beim zweiten Mal der eine war nicht direkt gezählt ok das war nur ein Testflug ja na Zirnit Splitter jetzt kommt ein ganzer Berg von Propeller Drohnen noch na super darum ist er Shanyu der macht mich nervig im Tanz noch ow 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 er hat Entschuldigung hast du überhaupt einen Drohnenführerschein dafür? nein hat er nicht ah man kann also mit ihm ja ja alle ja sind wir siegen äääh ok nehmen wir aber du die Idee zum ersten Tor ja bei diesem Bolzen Tor oder wie das hier heißt ja ja also hier sollte man auf jeden Fall an sieben schmerzen so viele Gegner ja aber ja hatte Geld ja weil das ist mit Zeit letztlich das ist hier ja sehe ich da oben man muss mich nur überleben und deswegen will ich das Geld haben dann ist dann leise ich auch drauf auf einer Flick besiege alle herzlosen aber das ist hier unmöglich ja weil permanent nachflug kommt Da kommt der permanenten Nachschub, das geht nah an die Liga. Da ist man so viel geschafft. Und da kommt wieder sein komisches Vieh. Das muss mal gerubbt werden. Ja, ein schönen Blitz. Fuhrattacke. Nö. Nächste Attacke. Wir nehmen's in die Hand. Feuerwerkskörper. Ja, dadurch lösen sie nämlich den Tsunami aus. Also, Schlawine. Entschuldigung. Los, Mosho, Feuer. Ein Film hat er den Mosho erstmal langgezogen. Nein, nicht auf! Ich lasse da mal ein Jahr. Wie Gott, schon mal da nicht im Schießen. Das ist eigentlich ein taktischer Zug von Ping. Ja. Um ihn nicht aufzuzeichnen. Hoppe? Bis zum Scheiß! Wo? Vorsicht! Duaaaaahhhh! Was er in? Zuerst doch. Man glaub zwar, dass er gerade euch K.O. ist, aber äh äh, leider nicht. Ja. Ja. Wow! Slavina. Ja. Danke, Ping. Das war nichts. Ja. Danke, Captain. Moushu. Ja. Ja. Jetzt hat es nur noch als Kanonkugel. Du solltest auch schon immer fliegen. Ja. Weil es ein Drache ist, der nicht fliegen kann. Deswegen ja. Ups. Ah, verraten. Ups. Ups. Ja, wenn er so blind ist und hat nicht erkannt. Ja. Weil er denkt auch an... ...Männer müssen Bart haben, damit das Männer sind. Ja. Später nimmt er sie doch noch an. Weil es in A1 steht, dass er... ...irgendwie gerettet hat. Der Kaiser wartet. Wir brechen auf. Ja. Ja. Die haben gar nichts getan. Außer er hat das, äh... ...schießteil geholt. Das Feuerwerkding da. Geholt. Das haben sie ja. Die Feuerwerkskörper. Ja. Ja, das war's aber auch schon. Mulan. Ich hab's verloren. Jetzt läuft man mit Mulan in anderer Kleidung rum. In ihrer Standard Kleidung. Läuft man gleich rum. Da. Danke, alle. Sorry, ich habe dich in Probleme. Ich dachte nicht. Es ist kein Problem. Ja, kein Problem. So, Ping. Also, Ping. Ich meine, Mulan. Was hast du denn jetzt vor? Ich geh' heim. Ich geh' heim. Du weißt, dein Vater wird kommen wie scharf. Sauere Suppe. Sauere Suppe. Haha. Wir nehmen einen Teil. Der schützt auch uns. Danke. Ihr seid wunderbare Freunde. Ping ist jetzt wieder Mulan. Mulan hat neue Abilities gelernt. Ja. Na, was war das denn? Falscher Charakter. Ja, schon besser. Falscher Charakter, stimmt's? Ah, jetzt ist das Limit hinzugekommen. Das hab' ich nicht von gesucht gehabt. Das Kommando Limit wurde aktiviert. Limit Moves sind Abilities, die Sora MPV brauchen und zusammen mit Gefährten ausgeführt werden. Das Limit hast du gesucht, ja. Ja. Aber das hat sich erst, hat sich erst, um, freigeschanden als, als Ping sein, ein wahres Ich-Junge. Ja, die haben die Kleidung angezogen. Ich glaub' selbst in der Soldatenuniform. Da ist er. Da lebt er. Er lebt leider noch. Dieser Shan Yu. Ja. Oh-oh. Na, super. Da ist er ein komischer, äh, Mini-Bard, wenn er es Bart nennt. Ja. Du meinst die Franzose? Ja. Die Franzosen-Sache da oben? Ja. Ah, jetzt wird er nicht starten. Er riecht. Er markiert auf die Kaiser der Stadt. Wir müssen Shang warnen. Shacky-Shan oder welchen? Shang. Nicht Shan. Aber erstmal geht's zum Speicherpunkt jetzt. Ich glaub' hier war auch einer. Ja, an diesem Dorf. Auch eins verlegt, oder? In der Dorfruine. Ja. So. Dann würd ich erstmal sagen, dass es dann erstmal für dieses Let's Play dann erstmal war. Mhm. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Und tschüss. Ciao.